Eines der Top-Modelle aus dem Hause Essex zeige ich euch hier mit dem GT2170 GTX. Er ist der Liebling vieler Läufer mit der Tendenz zur Überpronation und nicht umsonst eines der Top-Modelle von Essex. Und er bringt einfach alles mit, was ein guter Laufschuh bieten muss. Die komplett durchgängige Guidance Line Flexkerbe führt dich in der Abrollbewegung zum idealen Abdruckpunkt. Mit der Essex Geldämpfung im Fersenbereich und im Vorfußbereich hast du einen sicheren Schutz vor den Aufprallkräften und ein sanftes Laufgefühl. Und die Konstruktion der Ferse trägt zu einem sanften Abrollverhalten bei. Und damit kannst du auch lange Strecken auf harten und festen Untergründen mit viel Laufspaß erleben. Damit du beim Laufen in der Abrollbewegung nicht zu stark nach innen einknickst, gibt es an der Innenseite mit dem Duomax-System eine Stütze. Das absolute Highlight bei diesem Schuh aber ist die Gorotex-Membran. Und die macht dich völlig wetterunabhängig, denn Regen und Schnee können durch das Obermaterial nicht in den Schuh eindringen. Und damit bist du im Herbst und im Winter mit dem Essex GT2170 GTX bestens geschützt. Du bekommst ihn und wenn du magst auch die passenden Textilien von Essex dazu in allen unseren Runners Point Filialen oder direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com. 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 www.runnerspoint.com.